Bevor wir mit der Auswahl an Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche beginnen, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für die vielen tollen Genesungswünsche. Das hat mir wirklich weitergeholfen, mich aufgebaut und bei dem ein oder anderen Spruch musste ich auch schmunzeln. Also herzlichen, herzlichen Dank, meine liebe Community und dementsprechend kann es jetzt Gott sei Dank wieder einigermaßen weitergehen. Der Papa ist wieder halbwegs auf dem Dampfer und wir können uns wieder den Blu-Ray-Veröffentlichungen widmen. Wir beginnen heute mit Die Erfindung des Verderbens, ein Film von Karel Zehmann, eine tschechische Produktion aus dem Jahre 1957, 58, 59. Es gibt da so ein bisschen verschiedene Angaben im Internet, habe ich gesehen, liegt auch natürlich an dem Land, wo der Film veröffentlicht wurde. Ich glaube, dass er bei uns in Deutschland 1959 dann veröffentlicht wurde. Nach dem Roman von Jules Wernhammer hier ein Werk, wo es um einen Wissenschaftler geht, der einen explosiven Sprengstoff erfindet, der Erdöl und auch Kohle ersetzen kann. Gleichzeitig aber auch die Welt vernichten kann, wie so oft bei Erfindungen, dass man diese zum Guten, aber auch zum Bösen nutzen kann. Er wird dann auch von einem Piraten entführt auf einen Vulkan gebracht, einen erlöschenden Vulkan, wo es darin eine Stadt gibt. Dort wird ihm alles zur Verfügung gestellt, was er für die Weiterführung seines Projektes und seinen wissenschaftlichen Nachforschungen braucht. Auch mit dem Vorsatz, dass man seine Erfindung natürlich nur zum Guten nutzen möchte, doch natürlich hat der Pirat etwas völlig anderes im Sinn. So zumindest die Inhaltsangabe, die ich mir vorhin durchgelesen habe. Ich habe auch gelesen, dass es hier ein Digipack ist, wie wir hier oben feststellen können. Zwei verschiedene Cover-Varianten wird es geben. Wir haben hier den Film auf Blu-ray, auf DVD und es ist auch noch eine CD mit dabei. Es gibt üppiges Bonus-Material hier, also das Rundum-Sorglos-Paket dieser Veröffentlichung. Bei Amazon haben wir dann auch noch eine schöne Abbildung dieses Digipacks, wie das Ganze dann auch von innen aussieht. Also dementsprechend, denke ich mal, weiß man dann auch hier, was einem erwarten wird. Wir haben dann selbstverständlich noch die zweite Cover-Variante, die hier äußerlich schwarz-weiß größtenteils gehalten ist und der Ballon hier oben in Gold. Dann haben wir hier auch noch das Innenleben abgebildet. Also hier unterscheiden sich auch, wie man sehen kann, die Motive und da kann dann jeder für sich eben entscheiden, was ihm mehr taugt oder eben nicht. Weiter geht es dann mit Stargate im Mediabook-Cover-Variante E, einen Film von Roland Emmerich mit Kurt Russell und James Spader. Hier findet man bei Ausgrabungen ein Sternentor und das ist eben ein Portal in eine andere Welt. Cooler Streifen und wenn wir uns hier die Frisur von Kurt Russell nochmal angucken, auch das natürlich richtig cool. Also hier Mediabook-Cover-Variante E ab dieser Woche verfügbar. Weiter geht es dann mit einer Cape-Light-Veröffentlichung im Mediabook. Hier hätten wir Takashi Mikes Audition und zwar mit einem neuen 2K-Master und neuem Bonus-Material. Also wir dürfen gespannt sein, was uns hier neben einem 24-seitigen Booklet von Cape-Light-Pictures im Mediabook erwarten wird. Wir setzen unsere Auswahl an Blu-ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche mit P2 Schreie im Parkhaus fort. Das hatte ich ja zuletzt bei den Blu-ray-News am Wochenende schon ausgiebig vorgestellt. Ich denke mal, da können wir jetzt deshalb etwas schneller drüber gehen. Der etwas andere Weihnachtsfilm sozusagen, wo eine junge Anwältin nach der Schicht eben an Heiligabend nach Hause gehen will, im Parkhaus ist und dort ihr Auto aufsucht, dann aber von jemandem verfolgt wird, wie wir das Ganze hier sehen können. Der erscheint von Turbine Medien in drei verschiedenen Mediabooker-Cover-Varianten. Wir haben eine internationale Cover-Variante, eine US-Cover-Variante und auch eine deutsche Cover-Variante. Die US-Cover-Variante und deutsche Variante ist dann limitiert auf 600 Exemplare. Die internationale Variante auf 300 Exemplare und dabei handelt es sich auch um eine Veröffentlichung mit exklusiven Sound, Dolby Atmos und Auro 3D. Weiter geht es dann mit Resident Evil 1 bis 6 im 4K Ultra HD plus 3D-Versionen der letzten drei Teile Big Book von Nameless Media. Auch das habe ich am Wochenende vorgestellt. Dazu gibt es ja auch ein Unboxing auf der Facebook-eigenen Seite von Nameless Media und auch ein paar Gewinnspiele. Deswegen verlinke ich euch das Ganze nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr daran teilnehmen. Und hier habt ihr nochmal eine Übersicht, was euch bei Cover-Variante A erwartet. Die limitiert ist auf 250 Exemplare, genauso wie die Cover-Variante B mit einem exklusiven Artwork von Uncle Frank. Das dann auch die Art Collection im Schuberzieren wird. Vorverkauf startet am 6.02.2023 und Veröffentlichungsdatum ist dann der 10.02.2023. Diese Woche ist dann auch Veröffentlichung von The Wind. Wicked Vision Media veröffentlicht den Film in drei verschiedenen Mediabook-Editionen inklusive Soundtrack CD. Dabei geht es um eine Schriftstellerin, die gerne Krimi-Romane schreibt und sich da an einem abgelegenen Ort, einen kleinen griechischen Dorf hier zurückgezogen hat, um sich ihrem neuen Roman zu widmen. Eines Abends glaubt sie Zeugin eines Mordes geworden zu sein. Und durch die berufliche Neugier, die sie da antreibt, geht sie dem Ganzen nach. Findet auch einen Leichnam, möchte dann erschrocken zurück zu dem Haus rennen, wo sie eben sich zurückgezogen hat. Doch der Wind schlägt ihr die Tür vor der Nase zu. Was dann? Ja, der Titel passt hier perfekt dazu. Irgendwie muss ich auch an die Scorpions denken. Auf jeden Fall haben wir hier drei verschiedene Cover-Varianten, die schöner gar nicht sein können. Hier haben wir Cover-Variante B, noch bestellbar bei Amazon oder im Wicked Vision Shop. Da gibt es auch noch die Cover-Variante C, ebenfalls ein malerisch schönes Artwork. Und die Cover-Variante A, die ist leider in jedem Shop ausverkauft. Ich habe hier noch ein Bild zumindest gefunden, damit ihr euch auch diese Variante nochmal angucken könnt. Friedhof des Satans, Friedhof des Teufels oder wie der Titel hier heißt, Friedhof der Zombies, erscheint diese Woche ungeschnitten mit einem 2K-Master von MT Films. Dabei geht es um ein paar Jugendliche, die die Halloween-Nacht in einer abgelegenen Hütte verbringen möchten. Dort finden sie ein Buch mit lauter okkulten Sprüchen, möchten das Ganze ausprobieren, klauen eine Leiche aus dem Leichenschauhaus und versuchen dann auf dem Friedhof eben das, was sie gelesen haben, in die Tat umzusetzen. Das gelingt ihnen auch, blöderweise war die Leiche, die sie da entwendet haben, ein Serienkiller und nicht nur der erwacht von den Toten, sondern auch noch die anderen, die hier auf dem Friedhof liegen. So zumindest die Inhaltsangabe gesehen habe ich den Film noch nicht. Das scheint aber ein cooler Streifen zu sein, war lange Zeit auf dem Index und erscheint jetzt eben hier mit einem Spio JK-Siegel diese Woche ungeschnitten in Full HD. Ebenfalls von MT Films und Cargo Records erscheint dann auch noch Heartbeat, da erwachen ebenfalls ein paar Untote wieder zum Leben, inklusive eines Grafen, der sich an der geldgeilen Tochter des Hausmeisters, der sein Schloss hier eben in Schuss halten sollte, rächen möchte. Auch da haben wir ein 2K-Master und der Film erscheint dann ebenfalls natürlich ungeschnitten. Sam Worthington ist aktuell gerade noch mit Avatar 2 im Kino zu sehen. Im Heimkino ist er dann ab dieser Woche in Transfusion zu sehen. Da spielt er einen ehemaligen Soldaten, der nach dem Unfalltod seiner Frau sich alleine um den Sohn kümmern muss. Aus eines Tages taucht dann ein alter Kamerad auf und fordert einen Gefallen. Aus Angst um das Sorgerecht seines Sohnes lässt sich dann Sam Worthingtons Charakter hier darauf ein und gerät immer mehr in kriminelle Machenschaften und setzt somit sein Leben und auch das seines eigenen Sohnes auf das Spiel. Und gucken wir uns mal hier die Rückseite an, sieht das eigentlich nach einem recht soliden Action-Thriller aus. Wir dürfen gespannt sein, was uns hier erwartet. Laufzeit 106 Minuten. In The Good Neighbor, das Böse wohnt nebenan, geht es um zwei Typen, die an einem Abend mal eine kleine Tour machen, auf einem Hauseweg sind und dort dann eine Radfahrerin anfahren, aber vom Tatort flüchten. Sie wollen das Ganze geheim halten eines Tages, lernt einer der beiden aber die Schwester des Opfers eben an, dass sie da angefahren haben, beginnt mit der eine Beziehung. Das taugt dem anderen natürlich nicht, denn der möchte diese Tate vertuschen und geheim halten und ist dementsprechend auch zu allem bereit, um das Ganze geheim zu halten. Gucken wir auch hier auf die Rückseite, sieht auch das nach einem recht soliden Streifen aus. Wir haben einen Thriller aus dem Jahre 2022 und eine Lauflänge von ca. 105 Minuten. Also meine lieben Filmfreunde, das war es dann auch schon wieder mit einer Auswahl an Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auf bald meine Freunde und Servus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.